Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode E-Card Review News, heute mit einem großen Update rund um das Thema Audi, denn im September soll es ja einen Führungswechsel geben, außerdem mehr Rendite, langsamer die Produkte auf den Markt bringen, vielleicht wird es doch nichts mit der Formel 1 und natürlich die große Frage, was soll aus der Partnerschaft mit einem chinesischen Unternehmen werden, wird also aus einem Teil des Unternehmens Audi jetzt nicht Vorsprung durch Technik, sondern Vorsprung durch China. Wir schauen uns die ganzen Details mal an, wenn du noch dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da, das hilft diesem Kanal und wir können uns ausführlich über die Elektromobilität austauschen. Starten wir also gleich mal rein, es geht hier um genau zu sein um eine E-Auto-Plattform und um das nochmal klarzustellen, es geht ja hier nicht darum, dass man eine Pflichtpartnerschaft mit einem chinesischen Unternehmen macht, um überhaupt in China zu verkaufen, sondern es ist ein Schritt, um jetzt die Technik der Chinesen zu übernehmen, mit der Hoffnung, in China besser Autos zu verkaufen. Es ist noch nicht ganz klar, ob diese Verhandlungen auch dazu führen, dass man diese E-Auto-Plattform auch für E-Autos in Deutschland benutzt oder um diese nur zu benutzen auf dem chinesischen Markt. In diesem Moment scheint es nur für den Chinamarkt zu sein, aber das ist ja auch ein großer Anteil der Verkäufe von Audi und somit hat das natürlich eine signifikante Auswirkung und ist ein beispielloser Schritt. Und dafür ist auch mal deine Meinung gefragt, was du dazu denkst. Denn Audi, ein deutsches Unternehmen, welches mit fortschrittlicher Technik nach China gekommen ist vor vielen Jahren, muss also jetzt auf eine Technik, eine E-Auto-Plattform von einem chinesischen Unternehmen zurückgreifen. Also da sieht man schon mal, wie weit es gekommen ist. Ich sehe das sehr, sehr kritisch und das könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren da lassen, was ihr dazu denkt. Aber welches Unternehmen ist das eigentlich? Es ist ein staatliches chinesisches Unternehmen und es gibt viele Unterunternehmen, an denen auch übrigens Alibaba mit dran beteiligt ist. Also nur, dass ihr mal seht, es ist ein staatliches Unternehmen von China, welches also hier in Zukunft eine Plattform für Audi baut, ein deutsches erfolgreiches Unternehmen. Also das ist schon wirklich ein harter Tobak hier und wir schauen uns das jetzt mal an. Also es gehören zum Beispiel dazu IM, Maxxus, MG, MG kennt ihr ja, elektrische Fahrzeuge, die billig oder preiswert in Deutschland inzwischen verkauft werden, Röwe, Rising, Bajun und dann gibt es natürlich noch die Partnerschaften mit anderen Unternehmen, wie zum Beispiel auch Volkswagen und es gibt natürlich noch Partnerschaften mit Buick, Chevrolet und Cadillac. Also es ist kein unbekanntes Unternehmen, nicht irgendein Unternehmen, aber im Endeffekt ein Unternehmen, welches dann von der chinesischen Regierung kontrolliert wird oder Eigentum der chinesischen Regierung ist. Und wenn man dann entsprechend hier auf dem chinesischen Markt anfängt, eine Elektroauto-Plattform von einem chinesischen staatlichen Unternehmen zu nehmen, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, welches Wissen geht an dieses chinesische Unternehmen? Man setzt ja jetzt hier nicht einfach nur ein Auto auf eine Plattform drauf, sondern dieses Unternehmen würde ja in dieser Partnerschaft auch irgendwelche Daten und Wissen von Audi bekommen, damit man dieses Auto auch in dieser Form, wie es Audi möchte, zusammenstellen kann. Und da liegt natürlich ein bisschen die Gefahr. Ja, was soll hier in Zukunft passieren? Es soll also wahrscheinlich von IM Motors kommen. Das ist eine Tochtergesellschaft und die ist auf Elektroauto spezialisiert. Hier im Motors wurde Ende 2020 gegründet und da ist, wie gesagt, auch Alibaba dran beteiligt. Es bleibt also noch ein bisschen unklar, wie das Ganze umgesetzt wird, wann das passieren wird, aber man erhofft sich hier langfristig dann wieder mehr Verkäufe in China. Die Frage, die sich aber trotzdem stellt, ist, naja, eine Plattform ist ja schön und gut. Wird da jetzt die ganze Software auch geändert, damit die chinesischen Kunden das Gefühl haben, dass sie auch eine sehr gut funktionierende Software haben? Denn das ist ja auch bei Audi ein großes Problem gewesen. Das sind alles noch offene Fragen hier. Außerdem wird sich auch einiges in Zukunft verändern, denn es wird ja einen neuen Chef geben. Und dieser neue Chef, also die Ernennung von Döllner zum neuen CEO, soll ja wie gesagt in September passieren. In 2022 hat man einen Umsatz von 55 Milliarden Dollar gemacht und umgesetzt hat man 6,2 Milliarden vor Zinsen und Steuern. Und es soll eine Umsatzrendite von 13 Prozent erzielt werden. Also wo man jetzt in einer Situation ist, wo man so schwach ist, dass man mit einer E-Auto-Plattform eines chinesischen Autobaus zusammenarbeiten muss, wird trotzdem noch immer auf die Rendite fokussiert. Da muss man sich die Frage stellen, wo sind hier die Prioritäten? Gleichzeitig hat aber der neue Chef auch schon dargestellt, dass man nochmal darüber nachdenken müsste, ob man wirklich in die Formel 1 einsteigt, ob das wirklich mit dem Autounternehmen Audi zu vereinbaren ist und der Elektroautostrategie in der Zukunft. Also vielleicht könnte man zumindest schon mal da anfangen, Geld zu sparen. Außerdem müsste man natürlich sich die Frage stellen, ob man dann eben halt noch richtig schön als Volkswagen-Konzern richtig die Renditen an die Aktionäre raushaut, wenn man dieses Geld vielleicht auch eben halt für Investitionen in die Zukunft Vorsprung durch Technik gebrauchen könnte, weil das ist eigentlich das, worauf sich die Unternehmen konzentrieren sollten. Schauen wir uns doch mal die Zulassungszahlen von Audi an und wir sehen, dass sie zurückgehen, 642.000 Autos wurden entsprechend in China zugelassen. Das ist also eine negative Entwicklung für Audi in den letzten Jahren. Natürlich ist da entsprechend noch das Jahr 2020 dabei und das Jahr 2020 war bei weitem kein ideales Jahr, aber seitdem geht es zurück. Und das ist eben halt auch in der gleichen Verbindung mit den Elektroautos, die immer mehr zugelassen werden. Wir sehen also, der Rückgang ist zwar noch unter 100.000 vom Röhepunkt von 727.000, aber es zeigt deutlich, dass irgendwo gehen ja die Verkäufe hin. Die verschwinden ja nicht einfach und der Automarkt ist zwar nicht einfach in China, aber trotzdem scheinen ja die Kunden irgendwo anders hinzugehen. Und das ist eben halt der Punkt, wo man jetzt versuchen muss, dass der Trend nicht weiter zurückgeht auf ein Niveau von 2014, weil so weit ist man davon auch nicht mehr entfernt. Und 2023 hat natürlich noch sechs Monate. Da muss man mal schauen, wo dann die finalen Daten einen Weg zeichnen. Aber es werden sicherlich nicht in 2023 nochmal 642.000 Fahrzeuge. So sieht es nicht aus. Und wenn man sich mal die operative Marge anschaut, dann sehen wir, dass mit 8% im Durchschnitt für die gesamte Autoindustrie, wir nehmen uns jetzt mal hier die Beispiele von den Finanzdaten von Tesla, dann sehen wir, dass der Durchschnitt liegt bei 8%. Man möchte also bei Audi, wo man ja schon ein bisschen höher liegt, aber trotzdem noch höher sein. Man möchte also Rendite erzielen. Und das bedeutet, dass der neue Chef 5 Milliarden Euro finden muss, um das auch tatsächlich zu erzielen. Und das ist schon eine richtige Hausnummer, wenn man gleichzeitig in der Schwierigkeit ist, entsprechend mit Autounternehmen im Segment von Tesla, im Elektroautobereich mitzuhalten. Man muss natürlich fairerweise sagen, für Audi, dass Audi ist eine Premiummarke, es ist kein Massenmarkt. Also man wird nie darauf hinauslaufen, 8 Millionen, 9 Millionen oder 10 Millionen Autos zu verkaufen. Trotzdem zeigt es ja, dass Tesla es auch schafft, im Gesamten eine wirklich sehr, sehr gute operative Marge zu erzielen. Und das mit reinen Elektroautos. Also es ist noch viel, viel Arbeit für Audi zu tun. Und die Frage ist, ob hier ein deutsches Unternehmen tatsächlich den richtigen Schritt macht, mit China zusammenzuarbeiten. Und da hätte ich gerne mal dein Feedback. Lass es gerne in den Kommentaren da. Lass gerne auch ein Abo da, dann verpasst du nichts mehr. Mach's gut, bis dann und tschüss.